Mit der dritten Folge weiter. Viel Spaß. Lass mich gehen. Nein, Prinzessin. Du willst eine Äppel. Ich will eine Äppel. Eine Äppel. Eine Äppel. Eine Äppel. Du bist jetzt sofort still. Warum kann ich dich überhaupt nicht schockisch da starren? Sag es mir. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir alles versuchen. Nachher beim Sackstarre. Mein Gott. Aber nur ich ganz. Und ich. Und ich nicht. Ja. Aber ich. Was muss ich dich? Ich muss dir nur mehr tun. Äppel. Halt die Schnauze. Ich hole jetzt ab. Nein. Schön hier. Ich halte dich schon auf. Schau. Ich glaube nicht. Denkst du schon abhauen. Ja. Mein Bein. Ich kann sie. Aua. Aua. Als Äppel zum Versteck kam. Du Idiot. Lass die. Lilly kommt auf. Mein Bein tut weh. Ich trage die ganz schnell. Wir müssen die Schnee woanders hin. Wir dürfen nicht mehr alleine. Danke. 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 Man kann auch von vorne. Schließt. Du schließt damit dich auf. Dann kann man von hinten nicht mehr. Geil. Da ist deine Kette. Danke. Gott sei Dank sind ich kaputt. Hey. Das ist ein Magisches. Damit kann hier nie wieder jemand weht. Die Kette würde ich mal verblicken müssen. Ich spüre keinen Schmerz mehr. Dann hat es wohl wirklich geklappt. Ich wusste nicht, dass der Zauber auch bei dir klappt. Du musst jetzt die Elemente suchen. Alleine. Alleine? Ja, alleine. Ich kann nicht. Ach, was ist denn mit unserer Tochter? Ach, sie passt schon. Oder ich passe auf sie? Ja. Ach, was ist denn? Hier. Hier sind die Decke. Das ist einfacher. Danke. Jetzt kann ich mir, ziehst du es an. Das habe ich gemacht. Danke. Siehst du schon an. Es wird langsam windig. Danke, Apple. Danke. Danke. Und Ellie. Ich werde jetzt gehen. Gut. Hier geht's. Viel Glück. Und viel Erfolg. Wo war das? Diese Idioten. Mein Kristall. Der Kristall ist hier. Gut. Warte. Was ist auch eine von denen? Wer von wem? Und die ist ein Fiat? Nein. Ich habe mich selber ein Fiat. Klar. Das ist die Kette. Okay. Brauchst du mein Kristall? Ich würde ihn gerne nehmen. Ich habe jetzt auch sowas nur noch. Hier, bitte. Ich kann dir vertrauen, wenn du die Kette hast. Stuhlen kannst du sie nämlich nicht. Hilf nur, guten Menschen. Danke. Das war ich mir nix da jetzt. Ich verpacke ihn schnell hier drin. Gute. Super. Danke. Ja, ich gebe dir noch meinen. Danke. Ich habe sie gerufen um Hilfe. Ja, okay. Ich muss jetzt wieder gehen. Eppe, ich habe... Eppe? Eppe. Eppe. Was ist denn? Ich habe... Wow. Leg sie hin. Und leg diesen Stein in die Mitte. Okay. Jetzt sag Unica, nur nah. Unica, Unica, nur nah. Drei, bitte. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Ja, was denn? Du bist ein, 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 ein. Ein, 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 ein Tschüss!